so gut wir werden uns jetzt immer ein bisschen um das feld kümmern in dieser episode der nette interessant dann scheint er soll ja nicht so schlecht zu sein so wie wir uns auf jeden Fall unser Bohnenbühl schnappen wir könnten noch ein Haus weiterbauen naja können wir ja dann bald mal machen äh Bohnenbühl das war hier so dann bin ich ja mal gespannt Aua tut doch weh dann bin ich ja mal gespannt wie nein alter da was bin ich? was soll ich denn jetzt sagen? ja genau bin ich mal gespannt wie sich das Bohnenbühl auswirken wird so okay hier muss man also mit linksklick draufklicken und pro Anwendung wo ist nur eine stufe her statt zu zufälliger wert dementsprechend dass ich auch nicht so auch nicht so ausgiebig na gut aber bis das gar nichts da wird noch ein bisschen will ähm ja was das hier ich mach mal weg sieht ja mal oben auf und scheiße aus So Du bist echt hin was haste sie gemacht? ha limits es hat sich geht doch ihr habt ihr geost jetzt du bist du bist du bist es du bist du bist du bist du bist So, okay, jetzt gehen wir mal hier rauf und kloppen wir noch hier von der Seite hier ein bisschen was weg. So, gut. Okay, sieht doch schon gleich viel besser aus. Ah ja, klingt. Was habe ich getan? Nein. So, jetzt auch noch ein bisschen gewollt. Wobei, das kann hier bleiben, sieht hier nicht so sehr. Sieht da nicht so schäbig aus. So. Na, aber noch sind ja keine Äpfel gewachsen. Irgendwie scheint das hier mit dem Nachwuchs der Äpfel jetzt nicht so hinzuhauen, wie ich es mir gehofft hatte. Ich weiß noch, früher war alles besser. Ähm, ja. Wir können mal dahin zu dieser Waldstelle gehen, gucken, ob der irgendwas spannendes ist. Da hinten ist noch mal gefordert. Ah gut, ich würde mal sagen, wir bauen erstmal hier ein bisschen noch die Wohnung raus. Und noch bis nach oben erweitern quasi. Müssten wir nur gucken, wo wir eine relativ günstige Treppe hin platzieren können. Weil die habe ich nämlich normalerweise jetzt in meinem Zimmerkonzept hier noch nicht berücksichtigt. Da wäre also tatsächlich die Frage, wo wo die hinknallen. Gut, wir haben ja hier ein bisschen Platz, ne? Ja, okay. Dann knall ich die hier nach rechts. Die Frage ist halt nur, wie wir die Designen vom Design her und so, ne? Ah, das wird scheiße. Äh, so. Der hätte der Herr drauf geflogen. Der hat im Auto zu. Ähm, ja. Wie machen wir das? Äh. La, la, la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ich mache jetzt etwas in der hoffnung damit ich jetzt nicht alles zerstöre für das ich jahrelang gekämpft habe er hat nachschau wieder geschwammt ja gut hier muss man natürlich auch alles ausklären denn von daher kann ich ja sowieso schon alles abreißen so jetzt wird es ein bisschen tricky wir brauchen holz das da also hier möchte ich die ganze stufe hinsetzen genauso wie halt auch mal anders so und jetzt ist die frage 1 2 3 4 5 gut kann das sogar schon reichen 1 2 3 4 5 6 er passt sogar perfekt habe ich jetzt hier eine treppe nach oben unsere spitzhack ist quasi leer ich bin in kies ich habe kies das ist mein kies das ist mein kies wir brauchen eine spitzhackung danke 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 so so krampel hier mal wegräumen aber da kommt dass wir nochmal ein kieschen aber dann wir sehen uns die So, der Klabenbatsch kann hinten bleiben, sieht man später nicht mehr, hoff ich zumindestens. So, die Kohle hier kann auch mal weg. Machen wir jetzt ein bisschen Licht. Dankeschön. Oh Gott, geht das da hoch, Alter. Ich kann das ja geil mal zählen. Kommt ja sofort das Jugendamt. So, jetzt muss ich gucken, also diese Etage geht bis hier. Ich brauch also doch nur wenigstens eins weiter, das wäre also hier. Das wird doch höher als ich dachte, also nicht stall genug. Ähm. Oder sollte ich jetzt auch Treppen hinmachen? Also richtige Treppen und nicht diese Flaps. Wahrscheinlich sowieso die bessere Idee. Äh, da kann ich mich hier unten noch diese Stützen aufbauen, wie ich das vorhatte. Äh, fuck. Na komm. Dann war das also jetzt schon mal ein Schuss in den Ofen. Dann schafft man die Ressourcen zurück. Natürlich nicht. Der ist Bullshit. Na gut. Haben wir ein bisschen was für später, für Experimente. Ah, hier kriegen wir acht Stufen. Okay, das könnte gleich reichen. Das heißt, du musst dann doch nochmal raus. Wir fangen mit der Treppe am besten hier an. Dann kannst du vielleicht doch nochmal raus. Vielleicht brauchen wir den da hinten nicht. Nee, 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 der sieht scheiße aus. Ich mach hier erstmal den hier hin. Und dann geh ich von hier aus weiter. Geht das? Ja, das geht. So, dann brauche ich jetzt Clean Stuff für die Seite. Oha. Für die Seite. Haben wir nicht, weil ich den nur so gemacht, gebacken hatte, wie ich ihn gebraucht habe. Dann backen wir nochmal der ganze Stiegel. Ja. Dankeschön. Du kannst bald sogar hier raus. Du auch. So. Ich brauche hier einen Clean Stone. Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht. Dankeschön. 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 So. Das hätten wir. Wir haben jetzt also... Bis hier hin haben wir zwei Stufen. Das passt doch quasi. Kommt ihr da noch weg? Nee, muss gar nicht mal mehr weg. Mal THD. Das kann ja gleich direkt hier so verarbeitet werden. Dann sind wir genau auf der Höhe, die wir brauchen. Das passt doch schon. Die Frage ist vor allen Dingen, wie viel Platz wir hier in der Höhe überhaupt haben, bevor uns die Decke auf den Kopf fällt. Ich würde gerne vier hoch gehen, damit wir dann wieder an den Seiten diese Dinger dann besetzen können. Oh, passt sogar mit der Decke hier. LOL. Ich weiß halt nur nicht, ob halt die Decke insgesamt die, die Höhe bietet. Also den, die, 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 äh, ob wir dann nicht irgendwo an, 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 an die Grenze, also an der, an der Wand da irgendwie anstoßen, in der Weise. Anstoßen. Alles doch schon. Ah, der hat sich Kack, ich muss jetzt natürlich mal weg. Das, da kann jetzt mal alles bleiben. Das können wir dann nachher, nachher wieder den Zug leistern. So, und das hier wird dann praktisch der Dachboden. Ein einziger, aber dafür ein schön großer Raum. Meine Eisenspitzhacke freut sich. Meine Eisenspitzhacke freut sich. Ja, und müssen wir mal gucken, ob sich das denn hier so einfügt. Das hier mit der Kante gefällt mir noch nicht so ganz. Kommt mal raus. Und da kommen wir, packen wir mal so eine einzelne Stufe rein. Wenn ich so einen noch besitze. Na? Das weiß man ja immer nicht. Jawohl. Ich brauche genau eine. Guck mal nach da, nach da, nach da. Guck mal nach da. Guck mal nach da. Guck mal nach da. Du musst. Ach, warte jetzt. Guck mal hier. Da rein. Schon kann man die Wunden aber langlaufen. Das ist doch geil. Okay. Kommt man hier hoch und hier ist in der Dachboden. Ah, das gefällt mir. Das kann man so machen. Wo sind meine Äpfel? Ich packe die mal wieder hier in die Truhe. Guck das nicht. Oh, sich doch jeder Wunder, dass ich die anderen sterbe. So. Ah, hier muss ich aufpassen. Gut, ich meine, ich komme nicht hier in den Bereich, aber ich glaube, ich könnte hier zum Beispiel schon mal durchbrechen. Da müssen wir also aufpassen, dass genau das nicht passiert. Gut, meine primäre Frage ist aber erstmal, wie weit wir überhaupt bauen können, bevor wir hier irgendwo an eine Grenze stoßen. Ähm, ich klop erstmal, nee, ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf. Zwölf kann ich reingehen, da schloss ich vorne an die Mauer. Heißt also, ich darf maximal zwölf reinbauen. Das ist doch schon mal eine Ansage. Also das sind schon mal vier. Ich darf also noch acht reinbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Perfekt. Perfekt. So. Absolut genial. Absolut. Fachgerecht installierte Scheiße. Ich packe mir hier schon mal eine Fackel hin. Wir sind gerade schon dunkel. Dankeschön. Äh, nein. Mit einer Schippe, äh, die wird nur stumpf. Ne? Die knickt vorne ab und dann haben wir den Salat. Oha. Ja, wie ich sagte, hier draußen wird es schon hell. Ah, genau das meinte ich. Das habe ich für Scheiße. Das habe ich befürchtet. Ist da wer? Ist das ein Tier oder kommt da jemand, der mir Böses will? Oh Gott. Wo kommen wir? Scheiße. Wir kommen doch mehr durch, als ich dachte. Ah, das ist blöd. Das gefüllt mich gerade nicht so gut. Wir, 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 wir schlagen jetzt mal ein Loch rein. Also, äh, hm. Wir schlagen jetzt mal den Kanal und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze ausgleichen. Vielleicht machen wir doch wieder hier ein bisschen Freiluft. Das finde ich aber beim Dachboden eigentlich nicht so sehr. Also, Löcher okay. Aber jetzt nicht, dass man hier total über dem Dach offen ist. Das wäre definitiv overpowered. Das tut dem Ganzen denn nicht so gut. Alter, wie viel ist denn das hier? Ah. Das Ganze hier überhaupt noch von meinem Schutzbereich abgedeckt? Scheinbar. So. Okay. So viel erstmal dazu und dann müssen wir hier später aufräumen. Krasas. Das Ganze hier natürlich an. Gibt natürlich absoluter Albtraum jetzt. Freiluftsgehege. Pfff. Gut, bleibt erstmal so. Dann können wir da ja später mal nachgucken, äh, was da so abgeht. Ist das hier gar keine mehr? Ist das hier gar keine mehr? Ist das hier beide echt geflüchtet? Na gut, der eine, der hat der, äh, der ist ja von raus geflogen wegen Timeout. Aber der nette Herr HD, der ist jetzt nicht mehr da. Nö, keiner mehr da. Na gut. Ähm, ja. Ähm, ja. Das kommt hier nicht. Siehst du es? Jetzt kommt man hier auch von der Haustür aus sehr gut ran und muss hier immer hinten hinlaufen. Äh, der ganze Kladderer dachte ich, ich kann komplett weg. Ne, ist noch nicht fertig da unten. Schade eigentlich. Ich dachte, wir können uns endlich mal das Bett bauen. Braucht ja eine Ewigkeit, braucht das ja. So. Und du kommst da rein, äh, ansonsten. Da, da. Da. Ja. Da. Da kommt erstmal alles hier rein. Die auch. O, tut, 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 tut. So. Ist doch gar eine. Guuuut. Das Grafzeug kann auch nochmal da rein. Wisst ihr was, wir nehmen uns nochmal hier ein Stack. Komm, nehmen wir nochmal. So, dann sollte das eigentlich reichen. Da saß gerade ein Pferd ab. Oder eine Kuh. Sieht dabei aus wie ein Pferd. Ja, und dann würde ich mal sagen... Diese Aussicht einfach. Das ist schon geil. Das ist schon... Na doch, kann man so machen. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen mehr Bäume hinsetzen. Ich weiß nicht. Es sieht so halt schon echt geil aus. Ich mach mal kurz ein bisschen Wendewing-Distanz hoch. Ja, ne. So sieht es wiederum scheiße aus. Das sagt man immer so. Na doch, das kann man so lassen. Das ist echt... Das ist... Das ist gut. Ja, dann würde ich mal sagen... Ich verdrück' mal nochmal einen Apfel. Dann war's das erstmal. Für mein Test heute allgemein. Das dürfte sogar schon die zwölfte Folge sein. Dann passt es jetzt wieder perfekt. Haben wir wieder genutzt vier Folgen aufgenommen. Dann werde ich vielleicht heute... Dennoch... Ja, wisst ihr was? Mach ich so, mach ich so. Das alte... Mein... Klon-Let's-Play... Ja, abbrechen. Also ich werd's nicht löchtern, sondern ich werd's erstmal mit zurückschieben. Äh... Dann machen wir... Machen wir auch mein Klon-Let's-Play richtig... Auf meinem Server. Das bietet sich an. Ja, doch... Das macht Sinn. Gut, dann machen wir das auch so. Äh... Ja, auf jeden Fall jetzt hier mit erstmal... Feierabend. Dann würde ich mal sagen... Ciao mit V. Ciao. Ja.